Hallo und herzlich willkommen bei unserem Let's Play Dead Island. Hier spricht euer Devilryo, bei mir sind... Euer Kane und... Eure Bella. So, und was machen wir nun? Ja, wir hatten doch gestern... Ja, es ist in 24 Stunden vergangen zwischen uns und Aufnahmen. Wir hatten doch gestern zwei Quests eingenommen, beziehungsweise ich hatte eine angenommen, während ihr noch nicht da wart. Und einer, als wir dann zusammen hier waren, einmal hier hinten bei diesen komischen, komischen, da, da, da... Diesen Sieben hier, den hatten wir angenommen. Hi, Steven. Und wir hatten, wir hatten, wir hatten die Quest hier von, äh, Sie, Sie, Simoni, keine Ahnung, wie der jetzt hieß, der Name ist, ausgeblendet, bevor kommt an mir. Danke, Rio. So. Bella rennt schon vor, ich würd' sagen, wir folgen einfach Bella. Jo, immer dem Arsch hinterher. Das hab ich nicht laut gesagt. Ich lege schon wieder, das ist nicht schön. Ich glaub, das liegt echt an der Aufnahme. Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht die nächsten Folgen irgendwie was optimieren können. Wollten wir nicht weitermachen, heute kein Ballspiel? Ich würd' grad sagen, so wie's aussieht, das ist unsere Besten Ballspiel. Jetzt schlägt er schon auf unschuldige Leichen ein. Lass sie doch, wenn's ihr Spaß macht. Oh, die steht auf. Hey, der hat gut was dabei gehabt. Ich nehm mir mal eine. Viel Spaß. Wo ist jetzt hin? Da hinten. Oh ja, ich steh'n nicht so laut. Ich renn doch gar nicht mehr. Pure Scuba! Au ja, lasst uns tauchen gehen! Nee, keine gute Idee. Langweiler. Bella klaut uns alles, die lässt uns nix übrig. Ist ja normal. Ich hab was zum Spielen gefunden. Ich mach das Spielzeug kaputt. Ich war's. Ich hinterher, weil ich so glaube ich hinterhernecken muss bei der Aufnahme im Moment. Sollen wir langsam laufen, wir können auch kriechen, wenn's sein muss. Ich merk, was tot ist tot. Guck mal, fest mal. Fest mal? Fest mal. Mein Paddel ist kaputt gegangen. Ach ja, Zombies können ertrinken. Ah ja, okay. Keine guten Schwimmer. Ich hätte gerne wieder eine Waffe. Du hast keine Waffe. Nein, mein Paddel ist kaputt gegangen. Wartemoment, hier. Bei mir ist es jetzt hier irgendwie so leicht im Boden versunken. Sag mir jetzt nicht, dass kannst du nicht aufheben, ansonsten müsste ich dich anhandeln. Äh, nein, ich kann's nicht aufheben. Es blinkt zwar, aber ich kann es nicht aufheben. Ich ertränke mal ein paar Zermis dabei. Ah, meine Mauslecht hinterher. Handel akzeptieren. Handel bestätigen. Ja, Handel wurde auch gleich abgeschlossen. Yay, ich hab wieder eine Waffe in der Hand. Leck one. Ich fühl mich wieder stark. Bella, du spielst wieder, ja? Spielkind. Ach, lass sie doch. What the hell is this? Ups. Da war wieder ein Leck. Ein Energy Drink. Gleich mal ein Schluck davon nehmen, oder? Jupp, hab ich schon. Warum laufe ich jetzt Rio hinterher? Keine Ahnung, warum du mir hinterher läufst. Mal gucken, was haben wir hier, dein Schönes. Wo bist du? Ach, da bist du. Oh, ein neues Paddel. Hat einer einen Dietrich? Nein. Glaube nicht. Fähigkeiten, da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich nur in den Metern. Äh, Besenstiel, Paddel, Draht, Batterien, Gürtel, Klebeband, Metallschrat und Zitronensaft. Wow. Da unten brauchst du einen Schlitzer. Ja, den hab ich auch. Aber damit bekommen wir die Truhe nicht auf. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man das später spielen. Na, wenn es weiter nicht ist, dann mal wieder dir hinterher, ansonsten klaust du ja alle Zombies. Äh, 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 ja. So. Ich wollte schon fragen, kommst du nicht mal raus? Ja, ich steck da ein wenig im Kreisverkehr fest. Ich steck da ein wenig im Kreisverkehr fest. Was, was, was ist hier passiert? Warum ist der hier noch am Leben? Und warum ist der nicht Zombiemäßig? Keine Ahnung. Darf ich nachhauen? Versuch's doch. Weg nix. Wie wär's, wenn du mal ein bisschen langsamer machen würdest, Männer? Genau, unsere Zuschauer wollen ja auch ein bisschen die Insel sehen. Nicht nur dein Hintern. Bist du da so sicher? Kommt auf die Art von Zuschauern an, denn ich glaube, die Mädels stehen da nicht so drauf. Äh, ja, was machst du da gerade? Ich tanze. Ich merk's. Seiner. Seiner Nachrichten. Kein. Bei mir läuft Musik. Bei mir kommen Nachrichten. Bei mir beides. Geh mal vor. Nein? Du willst mich nur hin zu derben schicken. Geh mal vor. Los, 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 los. Stirb. 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 Achso, das bist du, Bella. Ja, peinlich. Aber gut. Was soll's. Ich glaube, wir müssen uns noch am 8 nehmen, ansonsten bringt der Herr und so. Okay. Kehre zu 7. 7. Holalulu zurück. Kein. So schlägst du wie ein Mädchen. Ja, auch nur ein Stock. Okay, genug getanzt. Ich hab genau gesehen, Bella hat was getrunken. Ich weiß nicht. Wohin geht ihr? Ich geh wieder zurück. Sie geht wieder zurück, ich hab keine Ahnung. Auf die Map schauen hilft, Jungs. Mein Gott, muss laufen anstrengend sein. Klau mir nicht immer mein Spielzeug. Ach, ihr geht einen ganz anderen Weg als ich? Natürlich, wir klappen Zombies. Ohne mich, ihr Schweine. Ich kann sie hören. Ich kann sie sehen. Ich kann sie schlagen. Ich muss sie schlagen. Ich hab keine Waffen mehr. Ich brauch'n Monster. Du bist ein Monster. Das war ein Kettischer Schlag. Ich hab'n Standbild. Bella, taucht doch nicht einfach vor mir auf. Ich hab'n Standbild. Ich hab' mich grad gefragt, wo war sie überhaupt? Sie war grad eben noch hinten bei mir. Und dann war sie dann mal vorne bei dir. Ich hör'n Zombie. Geh' mal weiter rein, ich will auch was sehen. Ähm... 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 Möh... AAAH- WOOAH! Verdammt Cla Racing! Tsch... Ähhhh... Äh... Das hat ich n' Stammel. So. Ihr dort. Hier liegt ein Rohr. Hier ein Baseballschläger Guck mal, ein Blutspringkund Lecker So Hier ist schon alles geplündert, hier Säcke Natürlich Ich weiß nicht, ich hab nur den Alkohol genommen Du bist ja immer wieder Typ Hey, wer hat denn meine Gummipuppe kaputt gemacht? Bella war's Gar nicht Ich hab keinem geholfen, den anderen Zombie abzuschlachten Mein Rohr steckt da irgendwie drin Du sollst dein Rohr auch nicht überall reinstecken Das klingt doch falsch, als das, was ich gesagt hab Wenn ich nicht mehr in Ruhe einen Energydrink darf man trinken hier Ich will aufzuhauen Hier ist noch ein Rohr Wo? Da? Hier liegt Ups Entschuldigung, ich länge hier so ein bisschen grafiktechnisch Ich bin betrunken Ich bin betrunken Wer bin ich? Wer du willst? Ja Guck in den Spiegel, der weiß das Spielzeug, 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 Spielzeug Ich glaube, ich würde so jemalig runtergehen Wieso? Spiel alleine spielen Oh, hier ist, hier ist, hier ist ein Ein schweres Rohr Ein schweres Rohr Brauchst du jemanden, sonst nehm ich Nimm du es Alkohol, äh, Alkohol Wie, bis er immer noch besoffen oder so ist es schon wieder? Nö, ich hab Flaschen mitgenommen Wir sollten Cain mal vorgehen lassen Bin ich stark dafür Damit ich mich wieder erschrecke, ja? Dann gehen wir wieder was zum Lachen ab Du bist derjenige, der hier aufnimmt Von daher wär's das Beste, wenn du natürlich auch vorangehst Ich komm dann nicht weg Ich schweige denn, wenn du es mal hochschaffen würdest So viel dazu So, dann geben wir mal ab Das gab uns 400 EP Blau-Bauplan genagelt Genagelt Okay, ready to go out there again? I'll need you to find a lifeguard station and see if it's safe Can you do that for me? I'll try Vollgequest habe ich angelt Take a beach, it's the shortest way We'll come as soon as we know it's safe There should be a working radio inside Signal uns when it's clear And we'll follow you So Bella, bei Fuß Ich bin schon wieder betrunken Na los, kein Gefahr Achso, ja, ich soll ja vorgehen Ach man, ihr seid so gemeint zu mir Warum muss ich nur aufnehmen? Bella, das nächste Mal bist du dran Äh, nein Äh, doch Dann kannst du nämlich schön vorgehen Zombies kloppen und was weiß ich nicht alles Bleibt da nichts mehr vor euch über Ich hab was gehört Bleibt es doch so schon kaum Oh, ein Teddy Wo? Da Lass mal Kane hier alles aufmachen Jo Bin ich stark dafür Ich nehm nur ein paar Navel Wir machen Strand ohne Hast du die paar des Tüchers dabei? Nö Müssen wir uns ein paar von den Kabinen mitnehmen Mach mal Ich brauche mal nichts, wo ich mich schlägern muss Will wer Messingschlagringe Huhu Huhu Ob wer schwer, leichte Messingschlagringe will Ich bin kein Nahkämpfer, ich will Schusswaffen Ich will scharfe Waffen Reifst du nicht aus? Hm Unterstützung schadet nie Ihr beiden seid echt unmöglich Wieso? So, weiter geht's Hier gibt so viele Äste, warum hätte ich nicht einfach so ein Ast vorhin aufnehmen können, als ich keine Waffe hatte? Ähm, tja Jo, die zerbrechen ja gleich nach einem Schlag bestimmt Help? Hier hast du ein Paddel Ich weiß nicht, ich vergesse, wenn ich kämpfe, vergesse ich immer das Reden Haha Fug mir echt leid, aber wenn ich kämpfe, vergesse ich das wirklich Nagelbrett Holzbrett Öööööö Cain, du brauchst doch ein paar Waffen Ja, warum? Hier liegt ein Nagelbrett und ein Holzbrett Auch wenn's nicht die Besten sind, ein paar Waffen kannst du immer... Ja, das ist wohl wahr. Vor allem, wenn ihr mich immer ins Verderben vorschickt. Bella holt dich schon wieder ein Surfbrett? Tja... Look, take whatever you want. Nimm was immer du willst. Ähm, ich hätt gerne immer das Geld aus der K... Bella... Ah, hier kannst du... Modifizieren. Ich weiß nicht. Was kann ich denn modifizieren? Mal gucken, mal gucken, mal gucken... Upgrade, mal modifizieren... Äh, was brauch ich denn für einen Schlitzer? Oh, das nervt mich mit der Maus. Erstmal reparieren. So. Hat wer'n Nägel? Upgraden... Äh, kann ich dir grade im Moment echt nichts sagen? Äh, ich bräuchte nämlich zwei Nägel, dass ich genagelt machen kann. Damit du auch mal genagelt wurdest? Genau. Lass dir alles liegen? Du hebst halt einfach alles auf! Ich hab' euch genug Zeit gelassen. Äh... Ähm... Bei mir dauert das alles ne Weile, weil ich mit meiner Maus echt nur schleppend an diese Dinger rankomme. Ne, ich hab' keine Nägel. Tut mir leid. Egal. So. Wo seid ihr jetzt hin? Äh... Ich bin hier vorne noch am Eingang. Gut. Ja, ist ja gut. Ich hab' mich grade schon gefragt, was ist jetzt los? Möchte jemanden Energy-Riegel? Ähm... Ich nicht. Ich auch nicht. Wer schreit vor? Irgendwas zu schreien oder so? Das sind Infizierte. Deswegen auch schneller. Er ist tot. Wir können draufhören, drauf rumzuschmecken. Macht aber Spaß! Ich hab' den richtiger, steckt da immer noch mal drauf. Ja, weil's bei mir halt noch ein bisschen nachleckt, ne? Nichts meno! Ah, woher du? 30 Meter bis zum Ziel! 30 Meter bis zum Ziel! Ich habe ein Deo gefunden, Shura! Kannst du ja gleich mal benutzen Geh Du riechst ein bisschen arg nach Zombie Da hoch Aber ist das jetzt nicht nur die Hauptfest, die wir gerade machen? Doch Soll ich nicht noch irgendwas mit dem komischen K-I-Ski zu machen da? Ähm, ich weiß, ich glaube nicht mal was gemacht Da fräckst du ja am besten Bella, was wir machen, bis ich glaube, bis der D ist Die Frage ist Wie lange nehmen wir schon auf? Äh, wir sind in Überlänge Dann sollten wir hier wohl erstmal einen Cut machen Ja, vor der Küstenrettung ist immer gut, oder? Dann würde ich doch mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Wir freuen uns! Tschüssi! Ciao! So, die TS-Aufnahme läuft So, die TS-Aufnahme läuft Dann auch? Reo, du kannst loslegen, wann immer du möchtest Was soll ich denn sagen? Du hast doch schon gerade viele Let's Plays geguckt, oder nicht? Hallo, wer ein Anfang Hallo und herzlich willkommen bei unserem Let's Plays Dead Island Hier spricht euer Devil Reo Bei mir sind... Wer will anfangen? Na dann lass mich Ich bin's, der Kane Und? Bella Ich glaube, Bella hat man dem TS jetzt ganz schlecht gehört Dann nochmal! Bella kann nicht, die muss lachen Wir holen wiederholen das so lange, wie es sein muss Sollen wir nochmal von vorne starten? Wieso? Wir sind die Chaoten, kann so bleiben, oder? Bella, würd's denn gehen? Ich nehm das als Takeout und pack das hinter die Folge dran! Außerdem heißt das nicht Takeout, sondern Outtake Außerdem heißt das nicht Takeout, sondern Outtake Verdammt! Irgendwie wird doch mein TS immer leiser Dann musst du gucken, dass es wieder lauter wird Ah? Ich guck erstmal die Decke an Dann sei froh, dass ich nicht anfange zu singen Das könnte grässlich enden Hättest mich ja wieder leise Dein TS weiß, was gut für dich ist So, also Nochmal Von vorne bitte Alles auf Anfang Oh Mann Du bringst mich noch ins Grab, Alter Ich? Bella hat's verkackt Ich war's nicht Ich war's nicht So, dann auf ein neues Ich war's nicht Es ist Ich habe es Ich wollte die